Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Testvideo hier bei AudioTest und diesmal haben wir ein richtiges Schmuckstück für euch und zwar den M8XI von Musical Fidelity. Das ist ein Vollverstärker, der uns wahnsinnig überrascht hat. Warum er das getan hat, das erfahrt ihr jetzt. Mit einem Kampfgewicht von 46 Kilogramm ist der M8XI von Musical Fidelity wirklich ein richtiges Schwergewicht unter den Vollverstärkern und das liegt daran, dass wir hier eigentlich drei Geräte in einem Gehäuse haben. Es handelt sich um einen Vorverstärker und dann zwei Mono-Endstufen. Das bedeutet, der linke Kanal und der rechte Stereo-Kanal werden absolut getrennt voneinander bearbeitet. Die eine Endstufe hat ihren eigenen Transformator und ihr eigenes Netzteil und die andere Endstufe hat auch ihren eigenes Netzteil und ihren eigenen Transformator. Das heißt, beide Kanäle werden wirklich separat bearbeitet, wie wenn ihr zu Hause einen Vorverstärker stehen hättet und jeweils für den linken Lautsprecher und den rechten Lautsprecher die entsprechende Mono-Endstufe. Und das habt ihr alles drei in diesem Gerät und deswegen ist es schon echt was Besonderes und das hört man dann auch am Klang. Doch ich möchte euch erst noch ein bisschen vorstellen, was der Verstärker alles so kann. Der M8XI ist der erste High-End-Verstärker von Musical Fidelity, der auch einen integrierten DRC hat. Wenn wir auf die Rückseite schauen, dann sehen wir das auch hier sehr schön. Wir haben einen USB-Eingang, wir haben einen optischen Eingang, wir haben einen Coax-Eingang. Das heißt, digitale Signale kann dieser Verstärker verarbeiten und natürlich die üblichen analogen Anschlüsse plus zweimal XLR, also symmetrische Signale. Und wir sehen auch, er hat vier Lautsprecheranschlüsse, wobei man die jetzt nicht separat steuern kann, sondern er ist völlig auf B-Wiring ausgelegt, beziehungsweise man kann auch einfach vier separate Lautsprecher an das Gerät anschließen. Ja, an der Front des M8XI finden wir die üblichen Verdächtigen. Das heißt, wir können hier über dieses wunderschöne Drehrad die Quellen wählen. USB, Balanced-In, Balanced-2-In, Tuner, was auch immer angeschlossen ist. Und auf der anderen Seite haben wir die Lautstärkeregelung. Und ihr seht schon, das geht wunderbar flüssig von der Hand. Da macht es wirklich richtig Spaß, die Lautstärke zu regulieren und mal richtig schön laut zu machen oder auch ganz leise. Darunter auch wichtige Funktionen. Ihr könnt das Display auch ausschalten, wenn ihr möchtet. Das kann unter Umständen dabei helfen, störende Einflüsse zu eliminieren. Wobei bei diesem Gerät müsst ihr euch da keine Sorgen machen. Hier ist alles so gut verdrahtet, abgetrennt. Da macht es keinen Unterschied, ob das Display an oder aus ist. Aber manche legen Wert darauf, dass es aus ist. Also ausmachen lässt es sich. Und hier haben wir natürlich noch den Power-Button und das Gerät geht in den Stand-by. Die Leistung dieses Schmuckstücks liegt bei 870 Watt an 4 Ohm. Haben wir 2 Ohm, kommen wir sogar auf 1600 Watt und das ist wirklich eine ganze Menge. Aber wie ihr vielleicht wisst, sagt die Leistung alleine noch nichts darüber aus, wie gut ein Verstärker-Lautsprecher beherrscht. Und er hat aber die Kraft, einen Lautsprecher zu beherrschen. Denn Lautsprecher haben ja allein durch ihre Bewegung, der Bass-Chassis, entsteht eine Selbstinduktion. Und dieser Strom arbeitet gegen den Verstärker. Und das kann man nun mit verschiedenen Mitteln bekämpfen, diese Selbstinduktion der Lautsprecher. Da gibt es einen billigen Weg, den halt die meisten Hersteller benutzen. Aber Musical Fidelity hat sich für die teure Variante entschieden und hat hier die entsprechende Leistung beziehungsweise die entsprechende Stromstärke, die der Verstärker bereitstellt, die es erlaubt, wirklich richtig schwierige Lautsprecher damit zu betreiben. Und wir hatten ja jetzt für diese Ausgabe der Audio-Test, also für die 423, absolute High-End-Design-Lautsprecher bei uns im Wert von 1000 Euro bis hin zu 92.000 Euro. Und selbst die teuren 92.000 Euro Lautsprecher vom Wilson Audio konnte dieses Schmuckstück betreiben, obwohl er selbst, der Straßenpreis ist gerade so bei 7.000 Euro. Also das ist schon eine Leistung, dass ein Verstärker, der so viel weniger kostet als die Lautsprecher, auch solche Sachen beherrschen kann. Das findet man eigentlich so gut wie nie. Man kann ungefähr rechnen, wenn man einen 90.000 Euro Lautsprecher hatte, müsste der Verstärker theoretisch um die 30.000, 20.000 Euro kosten. Aber Fehlanzeige, dieser Musical Fidelity M8xi kann auch solche Hochkaräter beschallen. Und er kann natürlich auch preiswerte Lautsprecher richtig gut klingen lassen. Wir haben ja einfach mal ein paar 1000-Euro-Boxen drangehangen und selbst die sind aufgeblüht, weil einfach dieser Verstärker es schafft, dass die Bühne so perfekt aufzubauen und so eine hohe Dynamik wiedergibt und auch dabei sehr, sehr musikalisch klingt. Das heißt, selbst Lautsprecher, wo man denkt, naja, die sind mir ein bisschen zu kühl abgestimmt oder wo auch immer, einfach hier dranhängen und schon kriegen die eine ganz neue Note und man ist begeistert. Man ist verblüfft, was man da jetzt alles hören kann plötzlich. Und ja, also ich selbst war wirklich wahnsinnig überrascht von diesem Verstärker, bin hellauf begeistert. Es gibt nur eine Kleinigkeit, die ich nicht ganz so gut finde und das ist tatsächlich die Fernbedienung. Ich zeige es euch mal. Das ist die Fernbedienung und ich finde für einen Verstärker, der 7000 Euro kostet, ja, also da hätte ich mir schon mehr gewünscht. Aber auf der anderen Seite, was nützt eine schicke Fernbedienung, wenn die Technik dann im Gerät nicht stimmt? Das heißt, Musical Fidelity hat sich entschieden, okay, Fernbedienung, ja mein Gott, ist stabil, reicht, aber die Technik, da stecken wir jeden Cent rein und das hört man dann eben auch. Das heißt, wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt, euch den M8XI irgendwo anzuhören beim Fachhändler, dann nutzt die unbedingt aus und ich würde sagen, testet ihn zu Hause bei euch, weil wenn ihr ihn mit an euren Lautsprechern hört, dann werdet ihr einfach einen wahnsinnigen Qualitätssprung hören und selbst wenn ihr richtig, richtig teure Lautsprecher habt und denkt, ja, da muss jetzt ein richtig teurer Verstärker dran, der mindestens 20.000 Euro kostet, nee, probiert den mal aus und ihr werdet echt überrascht sein. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag, wir sehen uns hier bald wieder, bis dahin. Bis zum nächsten Mal.